Schweiz. Meinungsfreiheit. Für wenige statt für alle. Referendum gegen die Erweiterung der Rassismusstrafnorm. Das Schweizer Parlament hat am 14. Dezember 2018 beschlossen, die Antidiskriminierungsstrafnorm mit dem Begriff der sexuellen Orientierung zu erweitern. Klarte Vau berichtete bereits am 14. September 2018 in der Sendung von der Homoverfolgung zur homophoben Verfolgung über die geplante neue Regelung. Die Strafnorm gegen Rassismus, Artikel 261 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, schützt die Schweizer Bevölkerung bereits vor rassistischer Diskriminierung, die in der Öffentlichkeit stattfindet. Eine ganze Reihe von Handlungen werden unter Strafe gestellt, die sich gegen Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion richten. Neu sollen also auch Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung bestraft werden. Kritiker weisen darauf hin, dass diese Gesetzesänderung schwammig sei und sehr weit ausgelegt werden könne. Wer einen gewissen Lebensstil öffentlich kritisiere, mache es sich unter Umständen bereits strafbar. Mit dem Begriff der sexuellen Orientierung sei weiter nicht klar definiert, was diese genau beinhalte. Zurzeit ist damit die sexuelle Orientierung der LGBTI, Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und intersexuelle Personen gemeint. Es ist aber durchaus auch möglich, dass die Gesetzeserweiterung in Zukunft auch auf weitere sexuelle Orientierungen bis hin zu Sodomie oder Pädophilie ausgedient werden könnte. Gegen die Umsetzung dieser umstrittenen Erweiterung der Antidiskriminierungsstrafnorm hat sich nun ein überparteiliches Komitee gebildet, welches das Referendum ergriffen hat. Das überparteiliche Referendumskomitee, Nein zu diesem Zensurgesetz, wird von der EDU, der jungen SVP, Zukunft CH und weiteren Organisationen getragen. Nachfolgend stellen wir Ihnen, liebe Zuschauer, die Argumente des Referendums vor. 1. Nein zur Einschränkung der Meinungs- und Gewissensfreiheit Der Kern der Meinungs- und Informationsfreiheit, verankert in der Bundesverfassung Artikel 16, schließt das Recht ein, Meinungen zu äußern, die anderen nicht gefallen. In einer intakten Demokratie gibt es keine Ansprüche darauf, nicht kritisiert zu werden. 2. Nein zu schwammigen Begriffen im Strafgesetzbuch Das Strafgesetzbuch bestraft Beleidigung, Ehrverletzung und Verleumdung schon heute. Neue Strafnormen, die kaum fassbare Begriffe wie sexuelle Orientierung verwenden, schaden der Rechtssicherheit und bereiten den Boden für eine willkürliche Praxis vor. 3. Nein zu einer Klagewelle gegen Menschen, die Homosexualität in Frage stellen Die Erfahrung in vielen anderen Ländern zeigt, auch die Schweiz muss mit absurden Klagewellen gegen Menschen rechnen, die aus wissenschaftlicher Erkenntnis oder aus religiöser Überzeugung eine kritische Haltung gegenüber der Homosexualität einnehmen. Dies ist einer liberalen und toleranten Gesellschaft nicht würdig. Soweit die Argumente des Referendumskomitees. Das absurde Zensurgesetz hätte demnach verheerende Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Schweiz und würde der Willkür Tür und Tor öffnen. Die Meinungs- und Redefreiheit darf unter keinen Umständen mit solch schleichenden Gesetzesänderungen unterhüllt werden. Die Meinungsfreiheit gilt für alle, nicht nur für wenige. Damit die Schweizer Stimmbürger über die umstrittene Änderung abstimmen können, müssen bis Ende März 2019 mindestens 50.000 amtlich bescheinigte Unterschriften gesammelt werden. Das Referendum kann nur von Schweizer Bürgern unterschrieben werden. Es könnte sehr knapp werden und es kommt auf jede Unterschrift an, damit die Meinungsfreiheit für alle gewährt bleibt. Unsere Schriftenbogen zum Download sowie weitere Infos finden Sie unter dem eingeblendeten Link. Von der Homo-Verfolgung zur Homophoben-Verfolgung Homophob meint die Angst über Ablehnung gegenüber der Homosexualität. In der Schweiz soll die Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Geschlechtsidentität im Strafgesetzbuch verboten werden. Dies verlangt eine parlamentarische Initiative des Nationalrats der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, der SP Matthias Renau mit dem Titel «Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung». Der Nationalrat wird voraussichtlich am 25. September 2018 darüber beraten, ob Artikel 261 des Schweizerischen Strafgesetzbuches zum Kampf gegen die Rassendiskriminierung um die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung erweitert wird. In einer Medienmitteilung zu diesem Geschäft weist der Schweizer Bundesrat darauf hin, dass bereits heute gewisse Hassreden und Taten gegen homosexuelle und bisexuelle Personen sowie gegen Transmenschen und Menschen mit einer Geschlechtsvariante verboten sind. Insbesondere die persönliche Ehre werde bereits ausreichend geschützt, wenn sich ehrverletzende Äußerungen auf einzelne, konkrete Personen beziehen. Eine zusätzliche Regelung sei deshalb nicht vordringlich. Die neue Regelung würde jedoch weitergehen und auch Äußerungen erfassen, die eine ganze Gruppe betreffen. Kritiker weisen darauf hin, dass die Gesetzesänderung schwammig sei und sehr weit ausgelegt werden könne. Wer einen gewissen Lebensstil öffentlich kritisiere, mache sich unter Umständen bereits strafbar. Es bestehe die Gefahr einer uferlosen Auslegung, was zu einer strafrechtlichen Verfolgung von Personen führen könnte, die gewisse sexuelle Praktiken und Lebensweisen kritisieren oder anderer Meinung sind. Es stellt sich also die Frage, welches Ziel diese umstrittene Gesetzesänderung in Form eines offensichtlichen Gummiparagrafen in Wirklichkeit verfolgt. Matthias Renner gibt vor, mit seinem Vorstoß Lesben und Schwule gegen allgemein gehaltene homophobe Äußerungen schützen zu wollen. Homophob meint eine starke Abneigung gegen Homosexualität habend. Es sollte aber vorab nüchtern und erkannt werden, dass mit dieser Forderung unweigerlich jeder Schutz von jenen genommen wird, die noch Naturgesetze, Moral und siedliche Bräuche propagieren. Ein an sich schlechter Dank für die Toleranz, die man den Schwulen und Lesben gegenüber hat walten lassen. Es darf nicht vergessen werden, dass die Homosexualität im 19. Jahrhundert noch ein absolutes Tabuwahl, eine Straftat, die von Amtes wegen verfolgt wurde. Nachdem sie also heute der Gesellschaft mehrheitlich anerkannt ist, sollen diejenigen der legitimen Verfolgung durch Schwule, Lesben usw. ausgesetzt werden, die keinen Kniefall vor den neuen Sexualdoktrinen machen? Es liegt auf der Hand, dass mit der Erweiterung des Begriffes «sexuelle Orientierung» im Diskriminierungsartikel einfach eine Verfolgungswelle gegen Andersdenkende ausgelöst wird. Nicht mehr die Homosexuellen werden verfolgt, sondern diejenigen, die gegen die Homosexualität sind. Wer kann überdies die Hand dafür ins Feuer legen, dass sich der Begriff «sexuelle Orientierung» nur auf homo- und transsexuelle Menschen beschränken wird? Was, wenn sich Verfechter des Genderismus, das meint der freien Geschlechtswahl, sowie Verfechter von Inzest, also Geschlechtsverkehr zwischen eng blutsverwandten Menschen, Pädophilie und Sodomie, also sexuelle Praktiken mit Tieren, dann auch gleich auf das Diskriminierungsgesetz berufen? Transsexualität wird momentan noch als Krankheit eingestuft, Inzest, Pädophilie und Sodomie als verbotene Perversionen. Doch mit dem erweiterten Diskriminierungsgesetz aufgrund der sexuellen Orientierung wird potenziell ermöglicht, Verbote wie Inzest, Pädophilie und Sodomie aufzuheben. Es zeigt sich die Gefahr, dass in Zukunft z.B. eine pädophile Person, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlt und dies als ihre sexuelle Orientierung bezeichnet, plötzlich auch nicht mehr kritisiert werden darf. Jede Kritik an der Pädophilie, auch aufgrund biologischer Fakten, könnte mit einem Mal als Diskriminierung angeprangert werden, was einem Redeverbot entspräche. Wehe dann jedem, der noch zu äussern wagt, dass es sich beim Genderismus, Inzest, Pädophilie und Sodomie um widernatürliche und abartige Praktiken handelt, die biologisch gesehen nicht zu rechtfertigen sind. Unwiderlegbar zeigten sich bereits offene Bestrebungen, die Verbote von Inzest, Pädophilie und Sodomie zu lockern. Ganz offensichtlich wird von bestimmten Gruppierungen an diesen Tabus gerüttelt. Man bedenke hier das Sprichwort, wer den kleinen Finger gibt, dem nimmt man die ganze Hand. Daher ist das Schweizer Parlament gut beraten, genau zu überlegen, ob es solche Auswirkungen durch die angestrebte Verschärfung des Diskriminierungsgesetzes haben will. Die Redefreiheit darf unter keinen Umständen mit solch schleichenden Gesetzesänderungen unterhöhlt werden. Man folgt dem Bundesrat, der ja bereits deutlich darauf hingewiesen hat, dass das geltende Recht homosexuellen Menschen weitgehenden Schutz bietet und eine zusätzliche Regelung deshalb nicht nötig ist. Es gibt also keinen Grund, leichtfertig den kleinen Finger anzubieten und dabei die ganze Hand, sprich die Rede- und Meinungsfreiheit der Bürger zu verlieren. Das ist ein Grund, Untertitelung des ZDF, 2020